Ihr kennt das sicherlich auch. Ihr schaut eine Sendung im Fernsehen und während ein komplexes Thema besprochen wird, wird ein Profi zugeschaltet und ihr seht Folgendes. Durch den kommerziellen Erfolg um 2007 und des enormen Wachstums des Smartphone-Marktes entstand nicht nur eine Goldgräberstimmung bei verschiedenen Start-ups oder Investoren. Gut, zugegeben, die Fachexpertise mag man dem Experten deshalb nicht absprechen, aber schlechtes Bild, Ton und Licht sind nicht nur nervig, sondern können auch ablenken und das Gesagte schwer verständlich machen. Aber nicht nur in Talkshows oder Nachrichten werden wir mit solch durchwachsender Qualität gefoltert, auch bei Videokonferenzen mit den lieben Kollegen. Abhilfe gibt es nicht erst seit gestern, aber der Markt ist unübersichtlich und man stolpert entweder über No-Name-Produkte oder Platzhirsche wie Elgato oder Razer, die per se keine schlechte Hardware herstellen, aber so breit aufgestellt sind, dass man nicht immer das Bestmögliche fürs Geld bekommt. Wir gehen einen anderen Weg und werden euch Stück für Stück die passende Ausrüstung präsentieren und das von Firmen, die im jeweiligen Bereich ihren Schwerpunkt haben. Egal, ob ihr wenig Ahnung von der Materie habt und nicht mehr als 100 Euro ausgeben könnt oder Geld keine Rolle spielt und ihr die Definition von Dynamikumfang herunterbeten könnt. Die Themen haben wir wie folgt aufgeteilt. Erstens Kameras und Capturing, das Thema dieser Folge. Zweitens Audio. Wie bekomme ich guten Ton in meinen Stream? Welches Mikrofon ist das Richtige für welchen Zweck? Drittens Licht. Viertens Zubehör. Fünftens Setups. Welche Hardware brauche ich für welches Szenario? Ob ihr nun Meetings über Skype, Teams oder Zoom machen und nicht nur die Person mit der schlechtesten Qualität sein wollt, ob ihr Live-Vorträge auf E-Learning-Plattformen anbietet, einen erfolgreichen Online-Yoga-Kurs etabliert habt, auf Twitch das Spiel eurer Wahl streamt oder ihr ein Event mit mehreren Kameras übertragen wollt, in dieser Serie stellen wir euch verschiedene Lösungen für eure Anwendung vor. Dieses Video wird euch präsentiert von Rollei, unserem Foto- und Video-Zubehörpartner für Livestreams und Online-Konferenzen. Egal ob Stative, Licht, Filter, Greenscreens und noch viel mehr. Auf rollei.de werdet ihr fündig. Im ersten Teil der Serie geht's ums Bild. Welche Kamera kann man nehmen, um ein Bildsignal in die Streaming- oder Konferenzsoftware der Wahl zu bekommen? Unser Eingangsbeispiel ist repräsentativ dafür, was wir tagtäglich in Online-Konferenzen oder eben Fernsehbeiträgen sehen. Webcams sind da vorhanden, eine naheliegende Wahl und per se nicht schlecht, aber kompromissbehaftet. Während sich die Akku sowie Rechenleistung bei Notebooks in den letzten Jahren verbesserte, stagnierte die Qualität der Webcams bestenfalls. Immer kleinere Displayrahmen lassen zudem kaum noch Platz für hochwertige Webcam-Module. Bei neueren Notebooks wurde da ein wenig nachgebessert, allerdings eher auf der Softwareseite als bei der Hardware. Die Ergebnisse können brauchbar sein und reichen meist für Meetings in Zoom oder Teams für den täglichen Gebrauch aus. Achtet hier eher auf besseres Licht und vor allem guten Ton. Beide Themen behandeln wir in den kommenden zwei Folgen. Also lass doch ein Abo da, um kein Video mehr zu verpassen. Man könnte erwarten, dass eine externe Webcam automatisch die bessere Wahl wäre, da mehr Platz für Bildsensor und Optik vorhanden ist, beziehungsweise in einem Tower-PC sowieso keiner eingebaut ist. Man kann aber auch per se nicht sagen, welche Preisklasse oder versprochenen Features ein Gerät ausmachen und muss oft seine eigenen Erfahrungen machen. Angaben zur Sensorgröße sind Mangelware und selbst Full-HD als Marketingbegriff sagt im Zweifel nichts über die Bildqualität aus. Wir haben für euch ein sehr günstiges Modell getestet und für den einen oder anderen mag das durchaus ausreichen, aber spätestens im Vergleich zur eingebauten Laptop-Webcam ist das kein nennenswertes Upgrade. Natürlich gibt es auch höherpreisige Modelle, die die Bildqualität mit größeren Sensoren angehen möchten und jeder, der sich mit Kameras auseinandergesetzt hat, weiß, dass das potenziell weniger Rauschen sowie besseren Dynamikumfang bedeutet. Die Sperrspitze unter den Webcams bildet derzeit wohl die Opspot Meet4K. Neben der namensgebenden 4K-Auflösung bekommt ihr hier auch einen deutlich größeren Sensor sowie das KI-geschützte Framing. Die Kamera zeichnet in einer höheren Auflösung auf und bei Bedarf kann das Bild automatisch zuschneiden. Zudem verfügt die Meet4K über weitere eingebaute Quick-Modi, die mit der Taste am Gerät umgeschaltet werden können, wie das eben erwähnte Auto-Framing, Freistellen vom Hintergrund oder um das Gerät selbst in den Ruhemodus zu versetzen. Es gibt zudem einen eingebauten HDR-Modus und insgesamt hat die Opspot ein echt gutes Bild für eine Webcam und eignet sich über die typischen Meetings hinaus auch für Streamer, die mit guter Belichtung und einem Greenscreen arbeiten. Allerdings verlässt sich die Kamera dazu auf zusätzliche Software. Ein Vorteil an Webcams, ihr könnt sie an praktisch jedem aktuellen PC oder Notebook anschließen, ganz egal ob Windows, Mac OS oder unter Linux. USB Video Class oder kurz UVC beschreibt als offener Standard das Streaming von Videosignalen über USB und hat den Vorteil, dass alle UVC-Geräte ohne zusätzliche Treiber und praktisch allen aktuellen Betriebssystemen verwendet werden können. Allerdings wie zum Beispiel bei der Opspot Meet4K nur mit einem eingeschränkten Funktionsumfang. Dies betrifft vor allem Einstellmöglichkeiten, Firmware-Updates und in seltenen Fällen auch die maximale Auflösung. Neben Webcams verwenden aber auch viele andere in Sachen Bildqualität deutlich bessere Alternativen das UVC-Protokoll, zum Beispiel HDMI-Capture-Sticks. Vereinfacht gesagt sind das HDMI-zu-USB-Adapter, welche das HDMI-Signal eurer Kamera oder auch Spielkonsole aufzeichnen können. Die HDMI-Sticks werden dank UVC wie eine Webcam in eurem Betriebssystem erkannt, wodurch ihr sie wie gewohnt in Skype, Zoom, Teams und Co. auswählen könnt. Für den Einsteigerbereich haben wir einen No-Name-Stick von Amazon für euch, welcher in 1080p60 aufzeichnen kann und mit knapp 10 Euro ein echtes Schnäppchen ist. Das Gerät funktioniert ganz ohne überflüssigen Schnickschnack, einstecken und fertig. Ihr solltet nur ein wenig vorsichtig sein, da der Stick ohne Kabelverlängerung direkt in den USB-Port eingesteckt wird und bei zu viel Zug am HDMI-Kabel ihr euren USB-Port am Rechner beschädigen könntet. Mit einem HDMI- oder USB-Verlängerungskabel kann Abhilfe geschaffen werden. Mittlerweile gibt es die ersten Sticks auch mit USB-C-Anschluss. Wer in 4K aufzeichnen möchte, kann zum Cap4K von Avermedia greifen. Das Gerät läuft auch nativ über UVC, aber benötigt für den vollen Funktionsumfang die Cam-Engine-App von Avermedia für Windows und Mac OS. Diese unterstützt wie die Opspot Meet4K ebenfalls Auto-Framing, was das Marketing hier ePTC oder Electronic Pan-Tilt-Zoom nennt. Technisch funktioniert die Lösung analog zur Opspot Meet4K. Ein 4K-Signal wird aufgezeichnet und ein Full-HD-Bildauschnitt ausgegeben. Der Cap4K hat ein USB-C zu USB-A-Kabel, was ich besser finde als einen normalen Stick. Und auf der anderen Seite geht man via HDMI in den Dongle rein. Generell ist das meine bevorzugte Lösung. Das Einzige, was mich persönlich stört, ist, dass man die App im Hintergrund braucht. Unabhängig von der ePTC-Funktion kann man das Signal auch ungecroppt in 4K ausgeben. Die beiden Capture-Sticks eignen sich, um größere Kameras als Webcam zu verwenden oder Spiele von der Konsole aufzuzeichnen. Wer hingegen Spiele live streamen will, sollte eher zu einem HDMI-Stick mit HDMI-Pass-Through greifen, also der Möglichkeit, das HDMI-Signal parallel aufzuzeichnen und wieder via HDMI auszugeben. Der AVIA Media Live Gamer Mini verfügt neben dem HDMI-Eingang noch über einen HDMI-Ausgang, um das Bild an einem Bildschirm latenzfrei weiterzugeben. Der Live Gamer Mini kann ein Signal von maximal 1080p60 verarbeiten, was zum Streamen ausreicht. Wenn ihr das Signal von eurer Konsole streamen wollt, müsst ihr gegebenenfalls die HDCP-Einstellung zuerst dort anpassen. Die Premium-Lösung in Sachen Bildqualität. Ihr könnt eure gegebenenfalls vorhandene Spiegelreflex- oder Systemkamera als Webcam verwenden. Allerdings funktioniert das nicht mit jedem Gerät, auch wenn es verschiedene Lösungen für sowohl ältere als auch neuere Modelle gibt. Man muss zunächst die folgenden Fragen beantworten. Erstens, wie bekomme ich das Signal in meinen Stream? Zweitens, wie wird die Kamera während des Streams mit Strom versorgt? Kann ich das Energiemanagement beeinflussen? Die erste kennt ihr bereits, und zwar die Kamera via HDMI-Stick mit dem Computer zu verbinden. Sowohl Auflösung, in der Regel Full-HD, als auch die Bildwiederholrate der Kamera, sollten mit der eures Streams übereinstimmen. Meist könnt ihr im Videomodus der Kamera neben der Bildrate und Auflösung auch noch einmal den HDMI-Ausgang einstellen. Zudem braucht ihr einen sogenannten Clean-HDMI-Ausgang. Damit meint man, dass ihr die Benutzeroberfläche der Kamera ausblenden könnt und nur das reine Kamerabild seht. Vor allem, letzterer Punkt ist bei älteren DSLR-Kameras ein Problem. Kleiner Tipp, Elgato hat eine kleine Übersicht von unterstützten Kameras für ihren Cam-Link Capture-Stick. Jede Kamera auf dieser Liste funktioniert in aller Regel mit den anderen beiden Geräten ohne Probleme. Achtet aber auf die Kommentare von Elgato. Den Link findet ihr in der Videobeschreibung. Die zweite Lösung ist zugleich die eleganteste, die Verbindung über UVC. In diesem Fall meldet sich eure große Kamera am PC nativ wie eine Webcam an und ihr braucht keinerlei Zubehör oder Software. Jedoch unterstützen nur wenige, sehr neue Modelle wie die Canon EOS R6 Mark II, die Sony ZV-E10, Sigma FP oder die Fujifilm XT200 diese Möglichkeit. Die dritte Variante ist die Verbindung der Kamera über eine Hilfssoftware. Als zu Beginn der Corona-Pandemie Webcams weltweit ausverkauft waren, reagierte Anfangs Ken und schnell danach praktisch alle anderen großen Kamerahersteller mit einer Art virtuellen UVC-Webcam. Der Vorteil ist hier, dass je nach Anbieter teils auch sehr betagte Kameras unterstützt werden. Im Falle von Ken beispielsweise die über 11 Jahre alte EOS 1100D. Allerdings lässt sich nicht pauschal sagen, welche Kameras der letzten Jahre unterstützt werden. Zuweilen fehlen selbst recht neue Flaggschiffe. Zudem gibt es eine große herstellerübergreifende Schwäche. Kein Hersteller bietet über seine Hilfssoftware die Möglichkeit, auch Ton zu übertragen. Bevor ihr euch Gedanken um die dauerhafte Stromversorgung macht, müsst ihr sicherstellen, dass ihr bei eurer Kamera den Energiesparmodus deaktivieren könnt oder sich die Kamera bei der Ausgabe via HDMI nicht abschaltet. Sonst fällt diese während des Streams einfach aus. Kameras mit UVC-Webcam-Modus beachten dies natürlich automatisch im entsprechenden Modus. Obwohl viele Hersteller seit mehreren Jahren bereits USB-C-Anschlüsse verbauen, ist der Dauerbetrieb darüber noch eher die Ausnahme als die Regel. Selbst wenn ihr eine entsprechende Kamera besitzt, muss über den Anschluss am PC oder Notebook auch genug Strom gelangen. USB-C oder Thunderbolt-Anschlüsse sind hier meist die beste Wahl. Egal mit oder ohne USB-Dauerstromversorgung. Abhilfe schaffen sogenannte Koppler- oder Dummy-Batterien, die ihr in euer Akkufach einlegen und mit einem Netzteil verbinden könnt. Wenn ihr euch nicht mit der Kompatibilität, Spannung und Co. herumschlagen wollt, solltet ihr zum Original des entsprechenden Herstellers greifen. Für einige Kameras sind auch offizielle Streaming-Kits vorhanden. Die bisher vorgestellten Lösungen sind praktikabel für Videocalls, Live-Vorträge oder Streamer. Für professionelle Szenarien mit mehreren Kameras empfehlen wir HDMI-Mischer wie den Blackmagic ATEM Mini oder den S-ProLink NeoLive R2. Ihr könnt zwar auch mit mehreren HDMI-Capture-Sticks arbeiten, was jedoch viel Rechenleistung verlangt und auch nicht immer fehlerfrei funktioniert. HDMI-Mischer verarbeiten mehrere Eingangsquellen und geben alles als einen gesamten Stream aus. Der Vorteil bei den Mischern ist, dass sie sich in aller Regel auch direkt über die Geräte steuern lassen und ihr könnt dank großer Tasten blind zum Beispiel zwischen euren Kameras wechseln. Übergänge und Einblendungen lassen sich in den Geräten konfigurieren und manche können sogar Szenen mit Chroma-Keying, also vom Greenscreen freistellen, sowie mit mehreren Audioquellen arbeiten. Den ATEM Mini Pro haben wir bereits letztes Jahr für euch getestet. Unser heutiges Testgerät ist der NeoLive R2 von S-ProLink. Beide Geräte haben ihre Stärken und Schwächen, aber der NeoLive R2 ist derzeit mein persönlicher Favorit, weil er im Gegensatz zum ATEM Mini eigene Szenen erstellen kann und direkt über UVC ohne zusätzliche Software funktioniert. Dafür ist er mit einem Preis von um die 700 Euro recht teuer, denn ATEM Mini gibt es in der Standardausführung bereits um die 300 Euro. Euer Kamerasignal könnt ihr einfach und ohne Umwege in Skype, Teams und Zoom als Webcam-Quelle einbinden. Doch ist dies immer auf eine Quelle limitiert, außer natürlich die optionale Bildschirmfreigabe, die jedoch keine Möglichkeit bietet, schnell zwischen verschiedenen Kameras zu wechseln. Bei Streamern hat sich dafür OBS, Open Broadcast Stream, durchgesetzt, das kostenfrei für Windows, Mac und Linux verfügbar ist. Die Oberfläche ist ein wenig gewöhnungsbedürftig und verlangt etwas Geduld bei der Einarbeitung. Die Idee bei OBS ist, dass ihr euch verschiedene Szenen aus euren Quellen zusammenbauen könnt. Quellen können eure Kamera oder ein Programmfenster sein. OBS kann direkt zu einem Streaming-Anbieter wie YouTube oder Twitch streamen, aber ihr könnt alternativ eure Komposition als virtuelle Kamera bereitstellen. Das bedeutet, dass das Live-Bild durch OBS als Webcam ausgegeben wird. Bis jetzt haben wir immer davon gesprochen, eure Kamera oder Gerät immer mit dem Computer zu verbinden. Zurecht fragt sich der ein oder andere, ob es nicht mittlerweile eine Lösung ohne Rechner gibt und ja, die gibt es. Einige HDMI-Funkstrecken wie die Cinei Pro oder Cineview-Serie von Axun können mit dem Smartphone eine Verbindung über RTMP bereitstellen, die gestreamt werden kann. Eine durchaus komfortablere Lösung bietet Yololiv mit der Yolobox-Serie. Die Yolobox Mini und Pro sind Android-basierte Tablets mit einem bzw. 4 HDMI-Eingängen, einem USB-Eingang, der auch für UVC-Kameras verwendet werden kann, einem 3,5mm Mikrofoneingang sowie Kopfhörerausgang. Die Geräte haben nicht nur eine für Streaming-optimierte Firmware drauf, sondern können wahlweise über LAN, WLAN oder 4G betrieben werden, was sie dadurch zur mobilsten Streaming-Lösung macht. Matthias hat die beiden aktuellen Modelle bereits getestet. Mehr dazu jetzt in der Infocard. Es gibt viele Wege nach Rom, aber welcher ist nun der richtige? Wer täglich in Videocalls mit den lieben Kollegen sitzt oder Live-Vorträge hält, dem reicht eine ordentliche Webcam aus. Aber habt ein Augenmerk auf euren Ton sowie eure Ausleuchtung. Größere Systemkameras bieten zweifelsohne das schönere Bild und können auch unter mittelmäßigen Lichtbedingungen noch ein brauchbares Bild liefern. Unabhängig davon, wie sie mit dem USB-Anschluss verbunden sind. Wer seinen Live-Vortrag oder Stream professioneller gestalten möchte oder einfach nur das tollste Kamerabild in der Konferenz haben will, ist hier genau richtig. HDMI-Mischer ergeben aus meiner Sicht nur Sinn, wenn ihr Livestreams in eurem Studio, auf einem Konzert oder Veranstaltung mit mehreren Kameras betreibt. Die YOLO-Box ist hier ein Sonderfall und bietet eine großartige Lösung, wenn ihr auf den PC oder Laptop verzichten möchtet. Egal ob unterwegs oder im Studioaufbau. Solltet ihr Fragen haben oder eine besondere Lösung brauchen, dann meldet euch gerne im ValueTech Community Forum. Über ein Abo und einen Daumen nach oben würden wir uns sehr freuen. Und vergesst nicht die Glocke zu drücken, damit ihr die kommenden Folgen nicht verpasst. Wir sehen uns in Teil 2, wenn wir über das große Thema Audio und Mikrofone reden. Bis dahin, ciao!